Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war eine wichtige Passage für die Schiffe, die Straße von Messina. Einzigartig auf der Welt. Uns gefallen sie sehr natürlich, weil jeder Tourist kommt dahin, das ist ein Muss. Musik Entschuldigung. Entschuldigung. Musik 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 Das war schon der Landschaften, der durchfahren. Untertitelung. BR 2018 Musik 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 Es ist ein Hotel Tema, Rémeni. Good night! Und jetzt gleich nach diesen Bäumen nochmals ein kurzer Blick darunter auf den Kobersee. Kondelbahn hinauf auf den Montekamaro? Die nächste Trasse der Eisenbahn, die da eben auch wieder aus dem Berg da rechts rauskommt. Und ganz unten sehen Sie die dritte Trasse, als da drinnen in diesem Berg geht die auch spiralförmig eben nach unten. Das war ein Jahr, ich hoffe, dass wir die Füße machen können. Das war's für heute. 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 Wenn wir da hineinfahren würden, kämen wir über den Vorkarpass, dann hoch zum Rhonegletscher und ins Rhone-Tal hinein. Wir fahren aber rechts rum weiter und kommen dann in den Wintersportort an der Wand. Und da links unten ist eben diese Teufelbrücke. Da unten sehen Sie auch nochmal so eine alte Brücke aus den alten Wandertagen oder Handelstagen. Und das war's für heute. 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 Das war's für heute.